Wirklich witzig. Wer hat dich engagiert, Cindy? So einen Umhang haben die schon in Horrorfilmen aus den 90ern getragen. Und aus welchem Film soll das nun wieder sein? Verrecke, Cheerleader, verrecke! Wollen wir Psychokiller spielen? Und ich bin das hilflose Cheerleader-Schneckchen? Und jetzt muss ich um mein Leben betteln, richtig? Bitte, Mr. Killer, töte mich nicht! Ist das die Stelle, wo ich anfangen muss zu bluten? Oh, siehst du, dass ich blute? Kreisch, Kreisch! Oh ja, und jetzt muss ich weglaufen, oder? Okay, ich renne weg! Ich renne weg! Hilfe! Hilfe! Oh, jetzt muss ich hinfall mir ein Bein brechen und hilflos liegen bleiben. So, das hätten wir, Mr. Gruseliger-Killer. Jetzt werde ich Panik kriegen! Oh Gott! Warum hilft mir denn niemand? Oh Gott! Nein, nein, nein! Und was kommt jetzt? Oh, das ist jetzt wohl der große Höhepunkt. Es stört sich sicher nicht, wenn ich ihn nur vortäusche. Ah! Oh, guckt mich an! Ich bin jetzt tot. Ich bin ein scheußlicher, abgetrennter Kopf. Ach komm, ich bitte dich. Weißt du, wer ich bin? Ich bin Miss Teen. Deinetwegen kriege ich tierische Kopfschmerzen. Du hast mein Brutschi-Polli vollgesaugt. Und ich hoffe, du bezahlst auch wie alt. Nein, die Goldspost! Du kannst mich doch nicht...